ja hallo liebe leute und herzlich willkommen zu meinem heutigen video vor knapp einem jahr bin ich losgezogen durch die fahrradgeschäfte um mir ein e-bike zu kaufen ein pedileg und bei mir ist es dann das ktm cento 11 plus modelljahr 2021 geworden und jetzt nach knapp einem jahr gut 2000 kilometer so ziemlich genau 2150 möchte ich euch einmal meine erfahrung damit berichten für die ungeduldigen ja ich würde es mir noch mal wieder kaufen aber es gibt auch sachen die nicht so toll sind an dem rad und die möchte ich auch nicht verschweigen was ich im einzelnen zu berichten habe dazu gleich mehr nach dem intro die fahrrad bezeichnung ktm cento 11 plus hat natürlich eine bedeutung und im einzelnen setzt sich das zusammen einmal aus der firma ktm ist eine österreichische firma dann cento wenn man es aus dem italienischen übersetzen würde wird es 100 heißen weiß ich nicht ob das so gedacht ist von ktm weil der rahmen das ist der makina rahmen und makina aus dem italienischen übersetzt heißt auf deutsch es schleift weiß ich nicht ob ein fahrradrahmen dass er es schleift übersetzen möchte oder soll das heißen er ist geschliffen ich habe keine ahnung was der künstler uns damit sagen will also die firma ktm jedenfalls ich denke mal so vielleicht auch 100 heißen soll schön klingen keine ahnung das 11 bezieht sich auf die schaltung es ist eine elfgang kettenschaltung und das plus bezieht sich auf den akku dass er halt ein bisschen leistungsfähiger ist in diesem fall der 625 watt stunden akku von bosch optisch schön gelöst finde ich dass der akku sich hier im rahmen verbindet ich kann natürlich rausnehmen das ist auch gar nicht so ein großes problem außer dass ich in die hocke muss ihn wieder rein zu kriegen das allerdings wirklich manchmal nachteil an dem rad das ist wirklich manchmal ein bisschen tricky ich gucke mal wie sie jetzt ist wahrscheinlich vorführeffekt und kein problem wir schauen erst mal den richtigen schlüssel finden die klappe hier kann ich auch noch also so ein drehverschluss auch so öffnen das ist nicht abgeschlossen wenn ich ihn entnehmen will muss ich halt einmal hier entriegeln kann ich ihn hier rausnehmen fährt mir auch nicht direkt entgegen ist eine kleine nase das ist alles so weit so gut dann kann ich den akku mit ins haus nehmen das rad steht bei mir in einem fahrrad aufenthaltsraum der halt nicht geheizt ist und im winter sollte der akku ja nicht zu kalt werden das ist nicht gut und das verkürzt die lebensdauer ist ja nicht mehr so leistungsfähig also kommt er mit ins warme und wenn ich ihn wieder einlegen möchte so weit so gut drehe ich hier an der entriegelung und drückt ihn ein und kriegt dann meinen schlüssel nicht mehr raus das ist regelmäßig so das ist jetzt nicht nur jetzt so und da muss man immer wieder drücken noch mal drücken noch mal ein bisschen warten jetzt geht's da habe ich schon mit mit nehmerschilden öl und sonst was darum hantiert um das ein bisschen die mechanik da ein bisschen gefügiger zu machen das funktioniert nicht das bleibt so das problem das ist definitiv mechanisch nicht gut verarbeitet ich weiß nicht ob ihr auch diese probleme habt wenn ihr diesen akku typ habt hier dann schreibt mir es ruhig in die kommentare das ist aber auch schon wie ich finde aus meiner sicht an diesem rad der größte nachteil dass man hier die hocke runter muss hier rumfruckeln muss und dann länger hier sitzen darf man nicht mal um das ding da rein zu fruckeln eines der interessantesten dinge an so im ebike ist natürlich der motor und hier beim center plus ist es der bosch performance line cx generation vier motor mit dem bin ich im prinzip sehr gut zufrieden vom antriebsverhalten her bringt mich wenn es mal steiler wird hier münsterland gibt es ja nicht so richtige berge aber so paar rampen gibt es schon bringt mich dann gut und gleichmäßig nach oben großer vorteil ist ja auch hier dass der motor wenn man ihn ausgeschaltet hat man die elektrische unterstützung komplett wegnimmt dass man dann frei fahren kann dass man also keine behinderung durch den motor hat man muss da keine kräfte überwinden der praktisch nicht existent nur das gewicht vom fahrrad muss man dann treten was ein nachteil ist ist definitiv die geräuschentwicklung ich zeige euch mal eben zwei fahrzehen einmal zuerst mit ausgeschaltetem motor und danach dann gleich einmal mit eingeschaltetem motor dann wisst ihr was ich meine denn die hört man schon vom walten bevor ich mir das ebay gekauft habe habe ich euch ja um rat gefragt was für ein rad ich mir kaufen soll was ihr berichten können welche erfahrungen was sie mir empfehlen möchtet und die meisten haben mir dann doch eine namenschaltung mit riemenantrieb empfohlen oder ist mir halt sehr oft empfohlen wurden was ihr jetzt hier seht ist eine kettenschaltung und das ist ja ganz weit weg von der namenschaltung mit riemenantrieb warum habe ich mich für die kettenschaltung entschieden das ist natürlich zum einen eine preisfrage wenn ich ein hochwertiges namengetriebe nehme von von roloff das kostet natürlich riemen auch ist natürlich super wartungsarm von daher war das auch so meine erste idee problem bei riemenantrieben und auch bei namenschaltung ist das habe ich mir vorher auch noch nie so gedanken darüber gemacht ist aber die definitiv so der wirkungsgrad das heißt eine kette wenn ich jetzt den motor aus habe und egal welchen gang ihr habe die kette überträgt die kraft die ich hier vorne auf die pedale bringe über die kette direkt hier hinten aufs hinterrad das ist beim riemen nicht so der riemen bremst zu einem gewissen teil definitiv und da gibt es auch wissenschaftliche untersuchung das ist so und für die diejenigen die jetzt schon schreien im griemen ist super nein ist auch super aber muss mal gucken was für strecken ich damit auch fahre und fahren möchte oder in zukunft auch noch fahren werde und also tagesstrecke und wenn ich den motor oft auch aus habe dann muss ich diese ganze mechanische widerstande überwinden beim namengetriebe ist das auch so also das heißt namengetriebe namenschaltung ich habe ja beim normalen tourenrad die shimano alfine schaltung das ist auch so zum beispiel der fünfte gang ist der neutralgang bei meiner elfgang alfine da fährt man praktisch eins zu eins mit der kraftübertragung alles andere geht energie über das getriebe verloren das ist so kettenschaltung ist natürlich ein bisschen wartungsintensiver ich habe die jetzt einmal komplett ausgebaut gehabt gereinigt wie ihr seht die sieht nach gut 2000 kilometern immer noch tippitoppi aus kette ich habe eine kette lehre in der hand schauen wir einmal ob die sich gelenkt hat man sagt ja eigentlich bei ebikes 1000 1500 kilometer muss eine neue kette drauf machen und wenn ihr guckt bei mir hat sich hier gar nichts gelenkt das wäre die einer markierung die schon gar nicht und die 0 7 5 war fällt auch nicht rein bei der kette lehre ist das so wenn die wenn die hier rein fällt ist die kette halt so gelenkt länger geworden halt durch die mechanische belastung dass man die erneuern sollte ist in diesem fall nicht so warum ist das wahrscheinlich nicht so zum einen fahre ich nicht mit so viel unterstützung und ich fahre mit einer relativ hohen trittfrequenz kommt davon dass ich früher vor einigen ja noch ein bisschen radsport als als hobby betrieben habe und da lernt man als allererstes so ziemlich mit praktisch immer die gleiche trittfrequenz zu behalten und nur zu schalten dass man also nicht langsam tritt und schnell tritt sondern immer gleichmäßig schnell tritt und das ist für die mechanik glaube ich auch ganz gut für die kraftübertragung dass man halt nicht langsam tritt und viel kraft auf die kette bringt sondern mit einer hohen trittfrequenz dann die mechanischen sachen da ein bisschen schont in diesem fall 2150 kilometer und die kette ist noch die pitoppi als ich mir das rad vor einem jahr gekauft habe habe ich ja direkt vor der ersten tour sozusagen schon sachen verändert und die schauen wir uns jetzt mal an zum einen der sattel ist nicht original das ist jetzt der brux b 17 den fahr ich jetzt seit zwei wochen davor hatte ich mir den brux flyer flyer edge drauf gebaut der unterschied zum b 17 ist dass der flyer edge hier noch federn hat und hier habe ich eine gefederte sattelstützung ich habe es auf die dauer festgestellt das ist mir einfach zu weich zum fahren weil ich jetzt mittlerweile auch immer mehr ohne unterstützung fahre am anfang ist das alles neu da freut man sich immer motor an und gibt ihm und mittlerweile fahre ich auch ganz gerne mal ohne unterstützung ist gerade auch heute morgen hier ist es herrlich in der natur unterwegs gewesen zu sein und dann motor aus aber nur die vögel zwitschern hören den motor hört man definitiv das ist so und jedenfalls ist das so nicht mehr so weich und ich habe das gefühl dass ich ein bisschen in anführungsstrichen sportlicher fahren kann dass nicht die ganze energie da da weggewackelt weggefedert wird sozusagen was habe ich noch geändert die griffe sind die ergon gp5 habe ich mir montiert original waren das die ercom ergon gp3 die sind ja auch schon gut aber ich habe ich halt noch mehr griff position die gp3 hat mir so einen kleinen griff noch dran und bei den gp5 habe ich habe mehrere griff position und gerade bei längeren touren ist es für mich angenehmer dass ich nicht immer die gleiche sitzposition haben muss dass ich ein bisschen bewegen kann und auch anders greifen kann gerade wenn ich bergauf fahre dass man ein bisschen nach nach oben packen kann und nicht nur alles mit dem motor macht was habe ich noch gemacht den spiegel habe ich direkt montiert der spiegel ist von der firma vd hier aus münsterland auch aus ascheberg kommt die firma super sache den kann man nicht so wegklappen und dadurch ist aber transport halt nicht im weg eckt nirgendwo an wenn man das fahrrad unterstellt oder einer vorbeiläuft wenn fahrräder enger zusammenstehen wenn man ihn zurückschwenkt arretiert er halt direkt und finde ich auch von der größe her recht schöner spiegel und mit zufrieden trinkflaschen halter habe ich mir montiert die beiden hier relativ kostengünstige ich glaube das kosten die 45 euro allerdings sind die aus metall da wollte ich mir noch was kunststoff montieren und habe die hier auch getapet wie man sieht ist auch gar nicht mehr so hübsch das ist gar nicht so wetterstabil weil ich eine trinkflasche aus edelstahl habe und die wird sonst hier zerkratzen halt und darum habe ich das ein bisschen getapet genauso mit meiner teekanne die ich mal dabei habe mein tee trinkbecher ja dann schaue ich mal auf meinen zettel was ich noch geändert habe ich habe eine neue klingel genau die hatte ich ja schon im letzten video einmal vorgestellt die alte hatte schon nach einem jahr altersschwäche ist ja so ganz kostengünstig mit so einem kunststoff drücker hier und bei den touren im winter ja dass es kalt war dann hat die nur pong gemacht aber nicht mehr ping das hört dann ja keiner da musste ich immer rufen was ich noch verändert habe ist dass ich jetzt eine andere steckachse drin habe das ist meine kupplung für meinen fahrrad anhänger und darum guckt der der ping raus direkt vor einem jahr montiert habe ich mir auch hier diesen adapter für klick fix systeme für meine fahrrad tasche da musste die ein spezieller e bike adapter hier sein beziehungsweise e-bike halterung damit das hier passt das intuvier hat eine gewisse breite hier auf dem lenker das musste hier drum passen und der normale halter wäre hier angekommen und den musste man schon ziemlich auseinanderbiegen und das sah abenteuerlich aus wenn wir diesen originalen für e-bikes hier besorgt und hier nochmal neues rücklich mit integriertem bremslicht funktioniert auch einwandfrei jetzt schon seit einigen wochen zum bosch antrieb gehört natürlich auch ein display bei diesem rad hier original das bosch nirn das sozusagen ganz einfache system da gibt es ja mittlerweile auch welche in farbe klein modern und was ich eigentlich haben wollte war ja damals das bosch nirn hatte ich ja auch erzählt in dem video als ich das rad vor einem jahr vorgestellt habe das war damals nicht lieferbar da bin ich mir aber noch gar nicht mehr so traurig ich bin damit eigentlich ganz gut zufrieden das macht was es soll zeigt mir an wie viel restreichweite ich noch ungefähr habe wenn ich so weiter fahre zeigt mir halt an die akkukapazität mit so 55 balken sind ja da oben dieser land nach und nach verschwinden dass ich weiß okay muss man wieder nachladen oder mal zu hause ankommen oder oder da wo ich hin will und zeigt mir halt die geschwindigkeit an durch die geschwindigkeit wenn ich gefahren bin solche sachen das reicht mir völlig aus das bosch nirn wollte ich ja damals haben weil es ein integriertes navigationssystem hat dass sich damit halt auch die route ich fahre gerne mit geplanten routen von komoot übertragen kann das ist auch alles keine hexerei man bosch nirn hat problem ist aber wohl habe ich gehört ich kenne jetzt persönlich niemanden der motion hat dass das verbindungsprobleme manchmal hat dass man keinen empfang hat und dem dann ist für navigationssystem natürlich auch nicht so hübsch wenn wenn es keinen empfang hat und die bedienbarkeit wenn es nass ist das display ich habe jetzt ein extra fahrrad navi von garmin das hat das aber natürlich auch ein touchscreen wenn da wasser drauf ist ist manchmal schon so ein problem das ist so ein problem und natürlich dass es dann an dieses fahrrad gebunden ist wenn ich ein navi system für dieses fahrrad habe und dann mit einem anderen rad unterwegs bin müsste ich dann wieder das smartphone drauf machen oder extra navi besorgen was ich dann auch gemacht habe ich habe dann mir ein navigationsgerät das garmin 10 30 gekauft und das kann ich halt auf allen rädern nutzen grund war damals dass es andere nicht lieferbar war aber jetzt bin ich gar nicht mal so böse damit und fahre weiter mit meinem intuvia einen richtigen verschleiß nach 2000 kilometer jetzt hatte ich an den bremsbelägen vorne zeige ich euch mal eben wie die jetzt aussah nach 2000 kilometer daneben einmal wie neue bremsbeläge aussehen und das ist ja relativ simpel hier ist die shimano mt200 kann man dem bremssatliche lösen die die bremsklötzchen hätte ich fast gesagt die bremsbeläge eben wechseln und das ganze dann wieder montieren das ist jetzt keine hexerei gewesen kann man ganz gut selber machen kosten zehn euro so bremsbeläge muss nur gucken dass man sich die frühzeitig besorgt habe ich einen guten monat jetzt gewartet auf die lieferung und direkt auch ein paar pakete mehr bestellt weil die verbraucht man definitiv wenn man hat dann doch schon ganz schön schwung das rad wiegt ja mit eingelegten akku 29 kilo ich wiege auch noch ein bisschen was und das ganze muss man ja auch irgendwie weg bremsen und die vorderbremse hat da die meisten verschleiß das war es jetzt schon mit meinem kleinen erfahrungsbericht mit dem ktm 11 plus nach einem jahr und jetzt gut 2000 km wie gesagt ich würde mir das rad auf jeden fall wieder kaufen die akkugeschichte kann sein dass nur mein rad das hat schreiben das bitte in die kommentare habt ihr noch tipps wie ich dieses diese klemmende verriegelung da ein bisschen fluffiger kriege und sonst bin ich wie gesagt super zufrieden mit dem rad habe ich eigentlich jetzt nichts dran auszusetzen kann ich so weiter empfehlen ich bereue auch nicht die entscheidung mit der kettenschaltung auch wenn ich die kette wenn es geregnet hat aber mit dem lampen sauber machen muss aber ich bin bereit da so ein bisschen zu investieren in mein hobby also ein bisschen mühe zu investieren wer nur sein rad fahren möchte und einfach wieder weg stellen möchte der ist wahrscheinlich da besser mit einer namenschaltung bedient ja wenn euch mein video gefallen hat lasst mir doch bitte daumen nach oben da und wer noch nicht hat darf meinen kanal auch gerne abonnieren auch meinen live kanal auf dem treffen wir uns ja sozusagen einmal wöchentlich und tauschen uns dann aus über theme rund ums radfahren radreisen und möglichkeiten räder transportieren und so weiter ja ich sage dankeschön fürs zuschauen bleibt gesund bis zum nächsten mal euer swobo tschüss